Mein Name ist Christine Klaude, ich arbeite bei der Commerzbank. Das Kerngeschäft der Commerzbank ist die Finanzierung der deutschen Wirtschaft. Sie vergibt mehr Kredite an deutsche Unternehmen als jede andere deutsche Großbank. Wir entwickeln für jeden Bedarf unserer Kunden maßgeschneiderte Finanzlösungen und unterstützen sie sowohl bei den Herausforderungen ihres Tagesgeschäfts als auch bei der Realisierung strategischer Wachstumspläne. Und das sowohl auf der Fremd- als auch auf der Eigenkapitalseite. Für den Fall, dass ein Unternehmen schnell liquide Mittel benötigt, stehen wir unseren Kunden mit dem gesamten Spektrum flexibler Working Capital Finanzierungen zur Seite und begleiten sie auch bei der Erschließung weltweiter Absatzmärkte. Für Investitionen in ihre Zukunft bieten wir strukturierte Investitionsfinanzierungen. Mit unserer einzigartigen Fach- und Branchenkompetenz beraten wir unsere Kunden strategisch und produktunabhängig von bilateralen Krediten bis hin zu Finanzierungen über den Kapitalmarkt. Dabei kombinieren wir die Vorteile digitaler Angebote mit der Präsenz vor Ort, regional und weltweit. Denn wir sind dort, wo unsere Kunden sind.